Wer für mich arbeitet, muss imstande sein, schlimme Gewalt auszuüben. Warum fackeln wir nochmal alles ab? Das nennt man eine Botschaftssinn. Arnold vertraut Ihnen. Und Vertrauen ist ein kostbares Gut. Aber bitte vergiss nicht, Gabe ist nebenbei auch dein Freund. Ich wünsche mir den Respekt, der zu dem John gehört. Nicht Respekt, sondern Angst. Tut mir leid, so rein zu platzen. Was soll das? Ich bin die Ablenkung. Weißt du, was jetzt passiert? Wir kümmern uns schon darum. Wir sind aufgeflogen. Ich nehm ihn fest. Immer nach vorne sehen. Es gibt vielleicht zwei Zeugen. Dürf mir nur die Frau vom Hals. Was wollen Sie? Steige ein, die knallen dich ab! Ich reiche hier mit meine Kündigung ein, Sir. Ich bring dich zur Strecke. Was ist jetzt Ihr Plan? Sie sind nach wie vor ein Kriminelle und ich ein Bulle. Ich hab Schusswaffen. Viele Schusswaffen. Ich nehm die Bullenlady mit zu Mr. Salomon. Okay. Du räumst die beiden aus dem Weg. Was auch immer es kostet, ich mach es was. Und was ich damit sagen will? Bebrechend sind sich selbst die größten Feinde. Die Kriminelle. Ja. Mit mir? Was habt ihr? Nein. Es wird gelwhite. Untertitelung des ZDF, 2020